hallo wir sind flo und biggie von photo travelers.de und senden euch grüße aus südafrika schaut mal hinter uns ist schon gerade eine giraffe am start und all das könnt ihr auch erleben und zwar mit uns gemeinsam wir laden euch ein mit uns gemeinsam nach südafrika zu reisen mit travel to grow reisen um zu wachsen es wird eine aufregende reise das kann euch jetzt schon sagen wir zeigen euch jetzt was euch mit uns in afrika in südafrika erwartet viel spaß mit uns und wenn euch unser kanal gefällt lässt gerne einen daumen hoch und ein abo da stille und einfach nur sein den sonnenaufgang begrüßen mit allen sinnen auch das ist teil unserer reise eintauchen in das wunderschöne land südafrika mit seinen grandiosen tieren und was heißt denn jetzt travel to grow wie der name schon sagt reisen um zu wachsen wobei können wir dir helfen zu wachsen vielleicht wächst du ja bei einer wanderung durch den busch oder bei einer übernachtung unter dem freien sternenhimmel mit aufregenden tier besuchen vielleicht oder aber beim achtsamkeitscoaching wo du ganz ganz tolle sachen an die hand bekommst kannst uns tolle dinge für den alltag vielleicht beim yoga im busch und all das zusammen könnt ihr mit der reise bei travel to grow erleben diese reise bietet dir viel mehr als safari besitzen gemeinsam am lagerfeuer schlafen unter freiem himmel und bewundern die wunderschönen sterne südafrikas wir leben gemeinsam ein abenteuer im sicheren rahmen glaube uns daran wirst du wachsen vielleicht bringst du themen mit auf diese reise die dich beschäftigen darüber können wir in coachings sprechen wir dürfen barfuß den boden spüren natur direkt erleben achtsam entdecken was südafrika für uns bereithält wir gehen wandern und genießen traumhafte ausblicke wir leben die natur mit ihren ganzen facetten wir machen yoga im busch das hast du vermutlich noch nie erlebt die ersten tage werden wir gemeinsam mit echo training unterwegs sein diese menschen sind dafür ausgebildet uns durch die wildnis zu fahren und geniale tiersichtungen zu haben und natürlich sehr viel uns über das ekosystem über die landschaft und die pflanzen und tiere zu erzählen das sind normen und zunzukani unsere ranger für die nächsten tage gemeinsam mit ihnen erleben wir im wunderschönen echo training karong will camp im greater krüger nationalpark die natur hautnah wir schlafen in zelten sehen im camp tiere bekommen grandioses essen und gehen natürlich auf safari mit erfahrenen wir lernen viel über die natur und das ekosystem versuchen spuren zu lesen dürfen die welt in den augen der besten rangers sehen das highlight sind natürlich unsere tierbegegnungen doch unsere reise bietet noch so viel mehr wir schauen uns zum beispiel eine neue schule der timbawati stiftung an genannt ecopod center dort lernen die kinder alles über ihre umgebung über die tiere die natur aber auch über alles weltweit gemeinsam pflanzen wir bäume die dringend notwendig für schatten auf diesem großen platz sind besonders schön ist unser besuch im nourish echo village im wild flower center hier werden mädchen darin unterstützt über das tabuthema periode und die veränderung ihres körpers zu lernen sie erhalten waschbare periodenprodukte die sie zu hause nutzen können all das unterstützt du mit deiner buchung dieser reise über travel to grow wir basteln noch armbänder in dem echo village tauschen uns mit den wunderbaren frauen vor ort aus und haben eine tolle zeit die fotografie bleibt ebenfalls nicht auf der strecke denn du wirst unglaublich viele wunderschöne tiere sehen wir jetzt hier im hintergrund die giraffe wir sind jetzt ja auch gerade zu fuß unterwegs diese möglichkeit wirst du auch erhalten und dann kannst du eine giraffe so nahe kommen es ist unglaublich wie wunderschön diese tiere sind wir zeigen dir tipps und tricks rund ums fotografieren machen immer wieder kleine workshops du kannst dem profi fotografen fragen stellen und wirst garantiert mit grandiosen aufnahmen nach hause kommen doch damit nicht genug die letzten zwei tage kommen wir unter in einer luxus lodge und hier kommt jetzt das badezimmer mit einem jacuzzi oder auf einer eckbadewanne schaut mal hier könnte man den tieren wenn hier welche kommen zuschauen dann wunderschönes badezimmer alles offen und hier das highlight eben die außendusche sehr cool hier können wir am pool entspannen aber auch wildlife erkunden jetzt direkt zu fuß wir machen eine bootstour im größten grünen canyon der welt entdecken spannende vögel wandern auf dem hippo trail mit grandiosen ausblicken ein highlight ist der besuch im elefanten waisenhaus hört dort haben wir die direkte begegnung mit diesen wunderschönen tieren die reise mit travel to grow wird ein unvergessliches erlebnis und eines ist garantiert wir alle werden wachsen du möchtest mit uns gemeinsam in die wildnis südafrikas reisen dann buche direkt auf travel to grow.com ja ja Untertitelung des ZDF für funk, 2017